Ja, liebe Leute, hier mit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreams. Heute spielen wir Spiracles oder wie auch immer man so ausspricht. Ich kann kein Englisch, also ist mir egal. Und ja, ich werde zu dem Spiel nicht viel sagen. Wir schauen uns das Ganze an und viel Spaß. Spiracles 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich wusste nicht wohin geradeaus rüber ich dachte schon ich sehe hier die strecke und so dachte mir ist das die alte strecke ich war gerade kurz verwirrt ja wir suchen so einmal könnte zehn leben eben gut gebrauchen ich habe den tor noch bekommen wir starten also wenn ihr sie supporten möchte natürlich so wie sieht es denn aus mit dem ergebnis ich habe den 122 platz naja kann man hier nicht 10 anschauen kann man irgendwie nicht naja liebe leute vielen dank fürs zusehen macht's gut ach doch hier sind die szenen glaube ich jedenfalls das ist eine andere veröffentlichung naja jedenfalls liebe leute vielen dank fürs zusehen macht's gut und bis zum nächsten mal wenn es wieder ist let's play dreams also tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020